Der Hummelflug Hört ihr dieses Brummen, dieses Summen, das sind Hummeln, die sich in Massen lustig tummeln, denn sie wollen Essen schaffen. So befummeln sie die Pollen und Blüten auf Hektar großen Wiesen, um deren Nektar zu genießen. Daraus wird, und das betone ich später mal, der gute Honig. Ihre Nasen grasen unermüdlich jeden Rasen ab und tun sich an den Säften gütlich, das ist gemütlich und das schmeckt, weil's Kräfte weckt. Nektar, ich will Nektar. Lass plötzlich ein Kollege gar nicht träge in die Menge. Solche Klänge zeugen nicht von Stil. Und deshalb kriegt er jetzt nicht viel. Dieser Anblick faszinierte Rimsky-Korsakow. Er komponierte, denn aber klug, dies Stück mit Namen Hummelflug. Achtet auf die Geigen, sie zeigen, euch da Tiere treiben, wie sie vorm Blütenkelch sich brav verneigen. So beschreiben die Geigen mit Eifer und viel Klang das Gefühl von Sturm und auch von Drang. Ob ein Hummelschätzchen auf dem Hummelblätzchen oder nur ganz schlicht bei Tisch mit einem Lätzchen, jedes Lümmelchen von Hümmelchen macht so seinen Metzchen. Noch drehen sie ihre Runden, den Nektar, den Gesunden lassen sie sich munden. Doch sogleich sind sie entspunden.